R Slash Plays, die lange zurückgewünschte Pixelschlacht auf der Plattform Dreadit, Austragungsort vieler Influencer- und Community-Events, geht seit Donnerstag, dem 20. Juli 2023, 19 Uhr, in eine neue Runde. Und wir sind mittendrin dabei. Worum es geht und wie es funktioniert, ist eigentlich recht simpel. Jeder Reddit-User kann auf einem 500 x 500 großen Pixelfeld alle 5 Minuten ein Feld seiner Wahl in einer der hier zu sehenden Farben einfärben. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist es für eine Einzelperson nicht schaffbar, auf diese Weise große Kunstwerke zu kreieren. Deswegen schließen sich üblicherweise Gruppen zusammen, um gemeinsam zu arbeiten. Die deutschen Communities hinter rplace.de haben dabei den Vogel gänzlich abgeschossen. Für grandiose Unterhaltung und um noch besser in das Konzept von R Slash Plays einzusteigen, empfehle ich euch das Video von Jules. Nun aber zu uns, der deutschen Splatoon Community. Das Timing hätte nicht passender für uns sein können, jetzt zusammen zu wachsen mit einer ersten gemeinsamen Aktion. Organisiert und koordiniert wird das ganze vom Discord-Server der deutschen Splatoon Bundesliga. Gerne mit vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung. Über Stunden hinweg haben wir unseren Platz etabliert, zwischen dem Flaggschiff der deutschen R Slash Plays Community, den skandinavischen Ländern und einigen weiteren kleinen Gemeinschaften, mit denen wir sogar Bündnisse eingehen konnten. Um auch in Zukunft wachsen, ausbauen und in erster Linie uns verteidigen zu können, brauchen wir eure Unterstützung. Also scheut euch nicht und tretet dem Vergnügen bei. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!